Ihr wollt wissen, wie es mit den fast 400 Konstruktoren läuft? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Weiter haben wir heute vor, erstmal ein Käffchen. So, Musik ändern. Wir haben heute vor. 375. Konstruktoren zu bauen. Meine Frise, ganz schweres Wort. Ich überlege nur, ob wir zuerst einen Blueprint daraus machen sollen, weil... Was haben wir denn an Blaupausen? Die müsste ich auch mal irgendwie... Sechser-Konstruktoren. Wir haben eine Sechser, das ist doch schon mal gut. Wie haben wir die denn gemacht? Die haben wir auch sogar so gemacht. Oh, das ist sogar sehr gut. Ähm, okay. Dann haben wir noch... Ups, und kommen wir... Stimmt, da war was. Äh... Irgendwas? Okay. Ähm... Ähm... Dann nehmen wir mal... 300... 75... 96... 62,5... 62,5. Das heißt, irgendwo bleiben 3 über. Macht Sinn. Das heißt, bei 372 komme ich auch... 62. Okay. Das ist gar nicht so doof. Und 3 kann ich nachher extra setzen. Also... Äh... Nein. 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 Wir gehen hin. Blaupausen. Und machen hiervon 62 Stück. Bam. Und dann... Schnappen wir uns hier. Nummer... 3. Dementsprechend brauche ich aber auch noch... Okay. Da nehme ich einfach mehr von mit. Von... Von unseren... Äh... Hier... Aluplatten und Stangen und Dienens sowieso. Und... Dann ist doch gut. Das sollte ja dann relativ gut gehen. Das wird nur ziemlich weit. Vielleicht habe ich mir denn da nochmal überlegt. Den habe ich hier hingesetzt. Aber für was? Da geht das so. Da geht das so. Da ist offensichtlich noch ein Loch. Ah! Der war für da. Oder? Da haben wir ein bisschen Kabel rein, oder? Kupferwagen müssen da rein. Ah! Der war für Kupferwagen gedacht. Okay. Der war für Kupferwagen gedacht. Für war der gedacht? Der geht in diese Richtung. Okay. Ich habe eine Ahnung. Der war für das Zeug gedacht. Für... Ähm... Silizium. Das brauche ich ja auch irgendwann oben. Okay. Haben wir das. Wir müssen einkaufen. Da wollten wir hin. So. Wir fangen mal mit Eisenplatten an. Wie viel brauchen wir denn da? Das reicht so gerade eben nicht. Also gehen wir mal hier runter. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug davon hätten, ne? So. Jetzt nehmen wir einfach nochmal zwei extra mit, wie gut ist. So. Jetzt brauchen wir hiervon eine ganze Menge. Jetzt haben wir das und brauchen nochmal drei mehr. Wir brauchen Stangen. Das sind keine Stangen. Das sind Stangen. Da sollte so passen, ne? Äh... Äh... Beton haben wir genug. Kabel brauchen wir. Oh, jetzt wird es wieder lustig. Wo haben wir Kabel? Ja, wir waren deutlich weiter vorne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich könnte auch mit F drüber gehen. Also mit... Bis Mente. Aber irgendwie... Ich bin so ein optischer Typ. Ich brauche das so. 4.000 ist natürlich eine Anzeige. Okay, kriegen wir nicht rein. Wir haben aber viel zu viel Beton. Wir brauchen... Ja... Wofür brauchen wir da eigentlich Beton? Ach, für die... Was auch. Machen wir folgendes. Hallo? Ähm... Ich glaube, das und das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Äh... Dich nicht und dich auch nicht. Sortieren. Genauso wie... Oh, langen sie auch was. Okay, ihr lauft rein. Aber ich packe es sich trotzdem vorsichtshalber einmal hier rein. Weil... Hier unten... Ähm... Das ist knapp, ne? So. Sehr gut. Ähm... Brauchen wir... Die brauchen wir im Moment auch nicht. Brauchen wir das Zeug. Die mattert mal einfach so. Dann haben wir auf jeden Fall... Ordentlich Platz. So. Und dann hier vorne hin nochmal. Da waren die Kabel. Das brauchen wir denn noch. Und dann haben wir vermutlich erst mal genug. Und hier vorne. Allerste. 750. Ich habe einen Dichter rein. Na hier immer so. So. Und dann sagen wir... Das sieht doch gut aus. Dann haben wir alles zusammen. Jetzt fliegen wir hier rüber. Wir bewegen uns auf die Seite rüber. Und hoffen, dass wir irgendwo... Danke. Danke. So. Auf welcher Höhe fangen wir an? Eigentlich vollkommen egal. Solange es irgendwie hier hinter ist. Okay. Das haben wir gut. Wir schnappen uns... Ich sag mal... Diese Reihe hier. Hier ist unser Anfang. Und hier geht es unter. Genau so. Wir fangen an. Blaupausen. Welche Reihe sollte es sein? Die nicht. Sondern die hier. Nein. Ich wollte zwei Freilassen dazwischen. Hier an die Kante. Und ich glaube, ich muss das so rum haben, weil da ist der Eingang. Setze ich den jetzt hier und lege dann los? Oder gehe ich noch einen zurück? Ne, ich setze den hier. Und hoffe, dass das Zeug jetzt in die richtige Richtung geht. Quatsch. Danke. Das sind's bitter. Ja. Okay. Hier geht's rein. Das heißt, den ersten... Können wir nachher hier reinsetzen. Das hier... Das geht auch alles in die Richtung. Okay. Wir brauchen... Wie war das denn nochmal? Wir hatten ein bisschen viel. Wir haben 4.700 ungefähr. Ja, sogar mehr. Ähm... 4.680 durch 780 wären genau 6. Wir haben aber, glaube ich, nicht untertaktet. Deswegen haben wir ein bisschen mehr. 6,111 durch 9,4 mal 165. Jo, das passt. Also haben wir... Also haben wir... 4,111 durch 780 haben wir 4.775. Und die 4.745, meine ich. Durch 780 ist genau so eine ganz beschissene Zahl. Also wir brauchen sieben Bänder, sechs können wir direkt so wirklich schön sauber rausholen und die letzte muss halt so ganz bescheuert genommen werden. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir den Strom hier vernünftig dran kriegen, der da ist. Ich könnte den verwenden, weil der steht da eh so blöd rum. Sehr gut. Dann gehen wir weiter, da hinten damit. Jetzt wollen wir den Spaß hier hinten dran packen. Das einzige Problem daran ist, ich muss ein bisschen mehr Platz lassen, als ich eigentlich möchte, weil ich den so gebaut habe, dass ich... Dann ist das halt. Wir haben Platz haben. Das ist jetzt nicht schön, aber das ist auch nicht das schlimmste von der Welt. Das wäre jetzt auch nochmal eine sinnvolle Sache nachzugucken. Wir müssen daraus... Das Zeug macht nur Draht. Nichts anderes. Nur Draht. Eisendraht. Ja, 12,5. 87 durch 12,5 sind 62,4. Ja. Halt, äh, 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 äh. Hm. Haben wir auch noch mit so bescheuerten Zahlen zu bekämpfen? Oh, du... Moment, das passt doch perfekt. Oho! Da freue ich mich aber. Hm. Etwas, was ich garantiert nicht machen möchte, ist auf die Strommasken gehen. Die kosten ja einfach zu viel. Wie gehe ich denn jetzt da dran? Muss ich wirklich den Strommast irgendwie da hinsetzen? Egal. Wir haben jetzt drei Stück von den Dingern hier gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Wir ziehen erstmal die Konstruktoren hier weiter. So, das waren vier. Was sind wir. Einührt. Neun Zehn So, damit haben wir schon mal 60 gesetzt Wie kümmere ich mich denn um diese 2,4? Gehe ich jetzt stumpf hin? Wir haben hier 60 Stück Wenn ich die nehme Oh, vielleicht ist das gar keine doofe Idee Jetzt auf dieser Seite die nächste Runde ansetzen Also hier daneben Und quasi dazwischen Also hier so Würden wir einen normalen Mast setzen Wo ist denn hier die Höhe? Okay Hier habe ich noch zu schweben Genau auf den Punkt Gut Also könnte ich das auch hier genau auf den Punkt setzen Also, so Ja Dann hätte ich den Einmal durchgezogen nach vorne Genau, das machen wir auch so Weil dann kann der Schön da anschließen Und auf der anderen Seite Wir haben hier in der Mitte unsere Stromleitung Das ist sehr gut, das gefällt mir Das heißt, ich flieg jetzt einmal ganz nach vorne Das hast du jetzt nicht gemacht, ne? Auch liebe Blueprints Ihr seid doch sch... Sch... Schade Ey, 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 ey Jetzt gerade hätte ich echt Bock auf morgen zu warten damit ich die Dinger vernünftig abbauen kann Weil dummerweise sind die hier jetzt falsch rum gebaut Weil das einfache wäre Eben hingehen Den Kollegen ähm Umsetzen Also, ne Die Bänder setzen Also der hier ist auch falsch rum gebaut Wir reden von zwei Zwei Sechser-Paketen hier Aber Äh Hier sieht es richtig schön aus Da laufen die beiden Bänder ineinander Äh Da muss ich das auch machen Dann kann ich das auch direkt komplett machen Das ist beim Aufbauen schneller Möchtest Säge Da Da Meeren Ja Jetzt Ja 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 Da erst mal weg damit und bleiben die sachen über hier hey theoretisch gibt es hier irgendwo noch eine stütze aber nicht diese habe ich jetzt die falsche hier weggenommen läuft ja wieder richtig gut er zieht er mir jetzt auch direkt wieder ab hier kann ich schon wieder zwei drauf zählen ach ja das ist immer ein mistake Gott sei Dank haben sie da ja Verbesserungen jetzt eingebaut ich muss gucken, dass es auf der Seite steht jetzt ist es richtig rum du stehst auf der Seite du direkt hier mitkommen eigentlich wollte ich hier einfach nur nach vorne gehen und das von vorne aus machen das heißt aber das werde ich jetzt tatsächlich tun weil dann kann ich wieder ein bisschen schweben schon mal direkt vorab falls ihr bestimmt die Informationen über Update 8 schon so mitbekommen haben es gibt neue Game Modes ich werde mir wahrscheinlich den Fly Mode gönnen weil dann brauche ich genau das was ich jetzt tue ich würde nicht mehr so viel machen ansonsten wird es aber so weiter gehen wie bisher mit normalem halbwegs normalen den Play also god mode oder so schalte ich nie an wenn ich hier runter falle und sterbe sterbe ich das ist so schon mal angedacht ach ja ganz wichtig morgen Abend kommt Update 8 in den Experimental macht ein Backup von euren Save Rites das werde ich gleich wenn wir hier fertig sind mit der heutigen äh Folge werde ich das auch tun so wie sieht eigentlich unser Stromnetz aus ok wir bauen wir machen immer noch genug Plus das ist schön äh zeig hier rüber wo sind wir dahin also was wir von den 375 hier nicht schaffen heute mache ich ohne euch Mittwoch wird es dann ein Video zu Update 8 wie es denn aussieht wir gucken uns die Sachen mal gemeinsam an äh das Neues ob es also es wird garantiert was Neues im Shop geben das wissen wir ähm wie es mit dem äh mit der Forschung aussieht dann gucken wir uns die Game Modes auch mal an dafür mache ich aber dann einfach ein ähm ein neues Save auf erstens damit das alles ein bisschen schneller funktioniert weil ich bin echt äh also hier mit dem ist es mittlerweile echt schwer 1 2 4 1 2 3 4 Zeit und du bist wieder der Falschumstehende weg mit dir und geh 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 5 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 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 7 6 7 7 7 7 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 20 21 20 21 20 22 21 21 22 22 23 22 23 Dann müssten wir jetzt auch schon wieder, so, jetzt müssten wir bei 120 sein. So, das ist ein ordentliches Projekt, jetzt können wir nämlich hier hingehen und einfach den da rüber ziehen. Das ist aber auch ein Armada von Dingern hier, also Wahnsinn, da komm. Ich bin echt mal gespannt, wie groß die Fundamentgröße ist, also wie viele Fundamente man braucht für so einen Strommast, die großen. Weil, ich hatte ja gesagt, meine Idee ist ja, auf die Bahnteile zu setzen, aber eventuell, wenn das nicht passt, dann ist es schade. Ich würde behaupten, dass die Plattform größer ist, als dass wir sie zur Verfügung haben. Ist halt nur eine Platte in der Mitte. Aber ich lasse mich da wirklich gerne überraschen, wie groß das wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dreimal drei machen oder irgendwie so anderthalb mal anderthalb. Das wäre ja auch irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Also kommt hier mal eben hin, um das genauer zu klären. Doch hat den ganzen Spaß auch hier auf. Also, wir hätten ja quasi grob diese Möglichkeit. Geben halt. Ich nehme halt noch diese Eckplatte hier dazu. Das als Grundplattform zu machen. Oder halt wirklich... So die Größe. Aber das wäre doch für einen Strommast ein bisschen groß, oder? Also, das ist wirklich... Das interessiert mich, weil ich fände es schon geil, wenn die... Waren wir in unserer Bahnlinie? Hier unten. Wenn die da so mittig draufstehen würden, wäre wahrscheinlich viel zu eng. Aber man könnte ja auch sagen, man macht das alle drei Stück oder so. Je nachdem, wie weit wir kommen mit den Kabeln. Das wäre schon schick. Aber da sind wir an dem Punkt. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs vorhaben. Ähm... So, Blaupausen. Die nächsten. Jetzt ist wieder wichtig... Also, hier können wir ein bisschen enger bauen. Das muss da hin. Und dann gehen wir mal... Nein... ... Wollen wir es richtig rum? Ja, warte ich. Wollen wir es richtig rum? Richtig rum. So, 180 bringen wir dann schon mal zusammen. Und da sind die 180. Mein Vorschlag wäre, damit das heute halbwegs abgeschlossen wirkt, ich buche mal eben so im Pseudo-Kibitz-Style und dann sind die Dinger fertig. So, das war meine Form von Pup, ein Pup, ein Pup, ein Pup, genau, ich habe aber fertig. Holy Crap, das sind viele Dinger. Wir haben hier 6 Reihen A60, also 360 Stück. Da hinten haben wir, ich habe einfach nochmal drei Stück hingesetzt, weil ich hätte noch zwei über gehabt, wenn ich da jetzt richtig geguckt habe, Moment, wir hatten 62, sollten wir setzen. Den dritten habe ich mir aber genommen und mir gedacht, ey komm, bist du wirklich cool und hast eine tolle Idee. Setzt auf 50 Prozent. Dann habe ich noch die ganzen Bänder gemacht. Strom ist überall dran und Rezepte sind überall dran. cool. Das heißt, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. dann, also dann in dem Fall am Freitag, werde ich hier noch die ganzen, wie heißen sie, genau, die Materialien, also das ganze Eisen hier reinleiten auf sechs Stück. Also auch sechs Leitungen, eine Leitung kommt da hinten noch zu und die, weil diese 60, wie man sieht, 750, bleiben 30 über, ja, das haben wir mal 6, ja, 30 mal 6, sind die 180 und dann haben wir glaube ich noch 245 von den, äh, anderen über, weil die 4500 hatten ja, plus 245, 425, wenn ich jetzt nicht komplett falsch gerechnet habe, alles, gehen hinten in die paar rein, was ist das denn überhaupt? Äh, 425 durch 9, nee, passt nicht, irgendwas habe ich falsch gerechnet. hier jeweils 30 über, ich werde, ich rechne noch mal nach, was gehen wir hier, 60 mal 12,5, das sind 750, 750 mal 6, jo, bleibt das über. dann haben wir 4745, da ist es ein bisschen weg, ja, minus 4500, dann 245, wir haben insgesamt 245, 180 kommen von hier und der Rest ist das, was da reinkommt. Natürlich, weil, aha, jetzt ergibt es auch Sinn, weil 180 plus die 65, die wir zusätzlich haben, sind 245, mein Gott. also da gehen 245 rein und 245 durch 9, 15, meinte ich natürlich, ist auch nicht so ganz. 6, 12 bis 16, das wird schon passen, das wird irgendwie schon passen, sonst muss ich da hinten nochmal nachbasteln oder das erhöhen. ähm, wie auch immer. Ja, stimmt. Ja. Ich muss ja sowieso, vielleicht muss ich die da hinten gar nicht auf, ähm, auf 50%, sondern auf 100 setzen. Das werden wir dann erfahren. Äh, ich sag mal, das war's für heute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber und damit, macht es gut, Käffchen! Ahhhh, pack up your save files. Tschüss!